Der gelernte Maschinenschlosser Andreas Babler will verkrustete SPÖ-Strukturen aufbrechen. Der Bundesrat und Bürgermeister von Dreiskirchen wuchs in einer Semperit-Arbeiterfamilie auf und engagierte sich schon früh in der SPÖ. Als Bürgermeister von Dreiskirchen kritisierte er einst die Asylpolitik der damaligen Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und wollte gerade im Asyl-Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen eine menschliche Politik erreichen. Bei den Dreiskirchnern kam dies gut an. Wahlerfolge jenseits der 70% sind keine Ausnahme. Der FC St. Pauli und Dreiskirchener Lions-Fan steht für eine gerechte Sozialpolitik und gilt ob seiner hemdsärmeligen Art als Arbeiterführer und kann zudem mobilisieren. Warum er SPÖ-Chef werden will, gab Abler vor einigen Wochen auf Social Media bekannt. Ich kandidiere jetzt für diesen Vorsitz der Sozialdemokratie, weil die Sozialdemokratie, so wie viele von euch, ein ganz zentraler Lebenssinnort ist. Wir haben viel kollektiv jetzt gelitten in den letzten Monaten, in den letzten Wochen, speziell in den letzten Tagen, wo es da mit unserer Partei aufgeführt wird. Und jetzt geht es darum, dass wir geeint tatsächlich die Sozialdemokratie nicht das Haus sind, wo auf der SPÖ draufsteht, sondern eine Summe begreifen von uns als Mitgliedern. Und tausende neue Mitglieder sind vor allem wegen Babler in die SPÖ eingetreten. Die Sozialdemokratie lebt, sie ist lebendig. Nach Jahrzehnten kommen zehntausende Leute und treten der Partei bei, weil sie wieder was beitragen wollen, weil sie wieder die Leidenschaft spüren, weil sie wieder mit uns gestalten wollen, auch in Österreich. Ein Stück mehr Gerechtigkeit, ein Stück mehr Demokratie. Kritiker sehen seine geringe Erfahrung außerhalb Reis Kirchens als Manko. Und auch seine EU-Kritik aus dem Jahr 2020 sorgt bei einigen Babler-Fans für Unverständnis. Ich wollte mich da zurücknehmen, weil es ist jetzt gefährlich. Du triffst an den harten Punkt, wenn mich der mich jahrelang beschäftigt hat, nämlich, dass ich diese Europäische Union überhaupt nicht lange bin. Also ich war in dieser Bewegung gegen dieses Konstrukt aktiv, ein neoliberalistisches, protektionistisches Konkurrenzaufbau, das gegen das US-amerikanische Konstrukt in der übelsten Art und Weise. Und wenn wir gesehen haben, das aggressivste außenpolitische, militärische Bündnis, das es je gegeben hat mit Beistandsverpflichtungen. Bei der Basis kommt Babler jedenfalls gut an. Was mich besonders immer beeindruckt ist, er kann Wahl kämpfen. Das heißt, notwendig wird es sein, Wahlen zu gewinnen. Er ist ein Bürgermeister mit Handschlag für die Qualität, sag ich jetzt einmal. Und wie ein Vorrat da ist er bekannt. Er ist ein Vorreiter für viele Dinge, in Dreiskirchen ist bekannt für ihn. Also das gallische Dorf, sagen wir mal so. Ob Babler genug Zaubertrank getankt hat, um heute als Sieger hervorzugehen? Bei der Mitgliederbefragung erreichte er zuletzt 31,5%. Wahlen zu überlegen, мы verісingt noch mehr weiter. Er wird den entrevistungen, zuhause, die Mutil주�ữflugboxy